Hallo, mein Name ist Erich Benesch, ich bin Medienpädagoge, betreibe eine kleine mobile Medienwerkstatt, lebe hier in Potsdam seit einem Jahr. Mein Thema heute, meine Session ging über ein Austauschprojekt, nämlich Potsdam und Sansibar machen eine Städtepartnerschaft mit dem Schwerpunkt Klima und ich habe jetzt einfach nach Ideen gesucht, die wir mit Kindern und Jugendlichen hier und dort gemeinsam umsetzen können. Und ganz spontan ist mein erstes Barcamp, also ich war ziemlich unbeleckt und habe mir noch nicht viel erwartet. Meine erste Gruppe war auch sehr klein, es war einer nur da, aber der war total vom Fach und das war super. Wir diskutierten heftig über seine Erfahrung und meine Ideen. Er hatte einen entsprechenden Austausch schon gemacht mit Kiel und Bogota und wir haben also eine Dreiviertelstunde äußerst lebhaft zu zweit und sehr konstruktiv und fruchtbar diskutiert.